Grüß euch bei Anglen Österreich zu einem neuen Video. Uns beschäftigt hier aktuell wieder ein neues Thema. Dass das Fischen immer wieder neu erfunden wird, das ist uns klar. Aber um was es jetzt geht, das erzähle ich einmal am Eck. Ja, grüß euch auch von meiner Seite. Ja, wie der Patrick auch gesagt hat, wir haben wieder ein neues, altes Thema, das wir uns in die Social Media erkannten und so weiter, was da alles auf Vierer kommt. Und wir möchten da jetzt gar nicht lange am Atom reden. Das Erste, was wir nur sagen müssen, schaut es euch bitte fertig an. Nicht, dass jetzt irgendwer gleich antraten, nach der ersten Szene quasi. Aber schaut es euch einmal den an. Leil, bitte schaut sich die Boiles an. Das sind definitiv die besten Boiles, die es gibt. Erstens einmal ist ein großer Fischerbüll, das heißt schon einmal was. Denn nur mit den Boiles fangen sie den Karpfen mit 20 Kilo plus. Haben sie gesagt. Und wenn ich meine Kugeln so ausschaue, ich glaube mit dem kannst du noch was Großes fangen. Sofort zuschlagen. Ich glaube, dass das limitierte Ware ist. Oder schaut es euch einfach einmal den an. Leil, Alter, schaut euch einmal das an. Das sind die Kugeln, die was braucht es zum Fischen. Bist du geteppert. Schaut euch einmal die Pololi, die Pololo, die Kugeln halt an, die 20 Millimeter, die sind ein Wahnsinn. Die sind weiß. Die siehst du sogar in Finstern, wenn es Nacht ist. Die kannst du nur zum Nachtfischen nehmen. Die geilsten Kugeln, Alter, jetzt dürft ihr euch nur mehr das kaufen. Nur mehr das kaufen. Mit dem fangt's Fisch. Da ist ein Fisch drauf, der hat mindestens 50 Kilo. Mit dem fangst du nur 50 Kilo Fisch. Das ist ein Wahnsinn. Kauft euch die Leil an. Jetzt schaut euch einmal die zwei an. Die Leil an, Alter, ich hab die geilsten Polis. Schaut euch das einmal an. Die sind zuckert. Die sind zuckert. Die sind extra süß. Die sind zuckert. Und schaut einmal, die sind so hart. Mit denen kannst du eine Woche durchfischen. Die gehen nicht vom Hagen, vom Poli runter und vom Hohen. Das sind die besten Polis. Die kosten etwa 25 Euro. Das halbe Kilo. Die besten Polis sind es, Alter. Die Polis braucht es. Oder ihr nehmt es D-Pellets. Das sind eh Polis. Poli-Pellets sind die. Die sind rot. Die sind eingefärbt. Da ist eine Lebensmittelfarbe. Die sind super. Die müsst ihr sofort kaufen. Bitte zuschlagen. Wir haben nicht nur 30 Stück. Sofort angerufen. Ihr könnt uns auch schreiben. Wir liefern es euch. 30 Euro ein Kilo. Und 5 Euro Versangkosten. Unbedingt sofort. Oder D. Oder D. Nein, meine. Nein, D. Nein, D. Nein, D. Nein, D. Nein, D. Nein, D. Also liebe Leute, wie ihr seht, teilweise ist das Ganze ein bisschen sinnlos. Weil die Wunderkugel, die gibt es nicht. Die gibt es definitiv nicht, die Wunderkugel. Weil wenn es die Wunderkugel gab, dann gab es einen einzigen Hersteller und sonst nichts mehr. Das ist dasselbe wie beim Hechtfischen. Wenn man im Fischengeschäft fragt, hey, was ist denn ein gescheiter Hechtköder? Ja, den Hechtköder, es gibt den einfach nicht. Es gibt diesen Köder zum Angel gibt es einfach nicht. Es ist einfach, macht euch eine eigene Erfahrung. Einen Reichen. Ja, macht eure eigenen Erfahrungen damit. Ja, bitte, ja, auf Facebook, in unserer Gruppe, wie wir es ab und zu haben, da kommen die Leute, hey, was könnt ihr mir jetzt empfehlen? Empfehlungen, überhaupt kein Problem. Die ganzen Sackeln, was ihr jetzt gesehen habt von uns, das war Sittobetz, das war Bait Service Austria, das war Carpsum. Ich glaube, Aquaborn war auch dabei von dir, das eine Sackl. Das sind alles Marken, wir fischen damit, ja. Wir fischen damit und wir fangen damit. Nur, es wird jetzt keiner hergehen von uns und sagen, es dürft ihr jetzt nur mit dem oder mit dem fischen, wie es ganz, ganz, ganz viele Leute machen. Weil wenn man sich das anschaut, du fangst damit, du fangst, du. Man kann ehrlich sein, Sittobetz, was wir hinten am Leubeum stehen haben, mit den Kugeln fische ich. Der Patrick fischt nicht damit. Der Patrick hat viel spät Service Austria, glaube ich, Fische. Und Aquaborn hast du noch ein paar Kugeln da. Und die Act-X zum Beispiel. Act-X und Carpsum. Das sind aber Empfehlungen, wo wir sagen, hey, wir haben einen Erfolg gehabt damit. Aber ob die Kugel jetzt auf dem Gewässer einen Kilometer weiter weg genauso gut funktioniert, keine Ahnung. Das kann man einfach nicht sagen. Jede Kugel fängt in dem Gewässer und in dem Gewässer und in dem Gewässer hundertmal anders. Und dass jetzt ein Sackerl Kugel mit einem Kilo da 15 Euro kostet und das andere kostet nur 5 Euro. Ich glaube, dass natürlich, es gibt einen Konsistenzunterschied. Ja, es gibt Kugeln, die lösen sich schneller auf. Es gibt welche, die sind nach 10 Stunden halb so. Aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund, dass ich jetzt sage, die Kugel ist wegen dem schlecht oder ist die gut. Ich glaube, das ist einfach die eigene Erfahrung, die man damit machen muss. Und wenn das für dich dein Futter ist, deine Kugel ist, dann fisch damit, hab eine Freude damit, fang Fisch. Und das soll einfach so sein. Ja, ich glaube, das Thema kann mit Business unendliche bequatschen. Und da geht es weiter. Wenn du jetzt keine Stella hast, holen hast, dann bist nichts und man kann nur mit dem Teuersten was fangen. Natürlich müssen wir schauen, dass wir weitgerecht auf den Zielfisch fischen. Mit dem Karpfenzeug werde ich jetzt nicht auf den Hecht fischen. Ganz klar. Das glaube ich auch nicht logisch. Aber heute geht es einfach einmal um die sogenannten Boilies und die Kugeln. Und lasst euch da einfach nicht fertig machen im Internet. Wie gesagt, wenn ihr euch Tipps holt, überhaupt kein Problem. Das könnt ihr von uns da jetzt auch auf YouTube, bei dem Video jetzt, wir können das erwähnen. C2Baits, Baitservice Austria, Aquaborn Kugeln, jetzt habe ich es auch schon wieder vergessen. Capsum, was du fischt, habe ich auch nicht vergessen. Das sind die, die wir fischen und mit dem wir Erfolg haben. Und darum können sie wir empfehlen. Ich gehe natürlich eher jetzt da davon aus, dass ich, also ich tendiere jetzt eher zu C2Baits und T2Baitservice Austria. Warum? Das sind auch für mich auch in Österreich, österreichische Firmen, österreichische Produkte auch ein bisschen im österreichischen Markt bleiben. Was jetzt nicht heißen, so jetzt dürft ihr euch in Deutschland nichts bestellen, um Gottes Willen. Ich sage mir, das ist unsere Philosophie. Also von dem her, glaube ich der Lieblingskugel ist, mit dem ihr gerne fischt. Das würde uns auch interessieren. Ja, ich glaube, jetzt haben wir eh genug geredet. In diesem Sinne sage ich. In diesem Sinne von mir, Petri Heil. Auch von mir ein kräftiges Petri Heil Tight Lines, wie man so schön sagt. Immer. Wir sind zwar in Österreich, aber sagen wir Tight Lines, also straffe Schnüre, hört sich scheiße an. Ja, straffe Leinen. Ja, straffe Leinen, entschuldigung. Ja, nein. Lass euch nicht verrückt machen und macht es gut. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.